Müsste eigentlich gehen. Irgendwo. Irgendwo. Ja, mach ich nachher irgendwann. Seht mir alles zu schnell. Hier, guck mal, hier geht's noch eine Leiter. Nee, mir ist zu langsam. Zu langsam? Ja. Also so im Laufen ist das super, aber wenn ich dann ziehe, dann ist das irgendwie... Hier ist noch eine... noch eine Leiter. Wollen wir da hoch? Müssen wir da hoch oder müssen wir da? Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's da was. Haust du. Das ist so übermännlich. Wie er die da einfach hochwirfst. Ich bleib mal bei dir. Ach, kommst du jetzt vielleicht an den Schlüssel dran? Ja, möglich. Ich bin da mal rüber gehüpft. Ja, ich halte das mal hier unten im Auge. Was haben wir denn hier an? Deine Skiszielle, Pistolenmunition. Warum schreist du rum? Ich schreie doch gar nicht. Doch. Maschinen-Gewen-Motion. Du stirbst gerade. Kann das sein? Ja. Dann versuche ich mich mal zu beeilen, dass ich hier wieder runterkomme. Hallo, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Oh, das wird ganz schön knapp. Hallo, lass mich in Ruhe, bitte. Nein! Ich wollte doch nur da durch. Der hat mich einmal geschlagen, oder war ich am sterben? Von wo dürfen wir denn starten? Das sieht aus wie die rote Tür. Wenn wir jetzt den... Ja, die rote Tür. Dann ist es wieder offen. Dann ist es wieder offen. Klopp, klopp. Alter. Oh, das hängt ja... Dann ist es wieder online. Dann geht immer eine Nachricht schreiben, ey. Hast du ein Problem? Klapp, klopp. Oh, jetzt macht das nicht mehr. Gut, dann... Schmeiß dich mal hier. Ja. Die Leiter ist kaputt. Vielleicht kann man das zu zweit schaffen. Nein, vielleicht auch nicht. Ich will da nicht hoch. Ach so. Ach so, ja stimmt, da war ja nix. So, Mädchen. Also ich höre dich jetzt übrigens wieder gut. Bam! Ach, man. Chiat short. Ach, Chiat short. Ach, wir hatten eine Handgranate bei. So, und der schüpf, schüpf... Ach, du so wie, ne? Du... Hier hat schon und der hüpft jetzt hier rüber, oder? Ja, ja, kommt gleich so... Mal, klick... Mal, klick... Mal, klick... Mal, klick... Mal, klick... Alpatine! Mal, klick! Mal, klick! Mal, klick! Mal, klick! Ota, geh zurück! Hallo? Digga, was machst du denn? Hallo? Ich hab den zweimal ins Gesicht geschossen und der macht nix. Ach, jetzt platzt du irgendwie. Jetzt bist du wieder... Ich glaub, wir haben technische Schwierigkeiten. Ich hoffe nicht, dass du gleich wieder aus dem Spiel fliehst. Ach, da bist du. Ich merke, dass Skype die Qualität verringert. Huch, kommst du denn hier? Ja, scheint aber... Hallo? Ähm... Der sch... Er hing da fest! Die kam da hinten durch ne Tür! Bam! Ja, ich glaube, hier gibt's leichtstechnische Problemchen. Kannst du mit von Schotten angehaben? So, aber ich glaube, wir müssen nichtsdestotrotz da hoch irgendwie. Mann, ich müsste dich mal grad lauter machen, ey. Sagst du noch mal was? Hallo? Ja, gut. Vielleicht pfeffert's mir ja wieder die Ohren weg, wenn du dann sagst... Ja, jetzt bin ich wieder da. Beziehungsweise wenn du dann wieder da bist. So, darf ich dich nochmal hier hochpfeifen? Ja, genau, gib mal... Oder soll... willst du mich hier hochwerfen? Ja, kann ich auch machen. Ja, bitte. Nein. Egal, jetzt bist du oben. Der Kerl darf nicht hoch. Okay, dann beeile ich mich. Ähm, wie kommt man ins... Da. Dann benutze ich grad ein Erste-Hilfe-Spey. Bei mir. Ja, ich glaube, ich hab äh... Kleinere, beziehungsweise größere technische Probleme, was das Internet angeht. Denn sie greift sich die Gegenstände und bleibt dann kurz stehen. Du sollst den nehmen, bitte. Ja, das ist schön, dass mir jetzt jeder Schlüssel angezeigt. Ja. Ja, ich höre Geschrei. Ach. Ich brauch schon wieder Hilfe. So, ich komm jetzt nach unten. Ja, komm, du Mann. Ja, schön, dass du... So. Drei Stück. Mit drei Stück bin ich schon überfordert, ey. Tja, warte erstmal, bis es weiter geht. Ach. Hier, du kannst von mir aus die Blendgranate haben. Oder was das auch immer ist. Äh, Brandgranate. Brandgranaten. So, ich glaube, wir müssen hier hinten lang. Ja, sieht ganz danach aus. Ach, guck mal, hier ist noch irgendwie... Gold. Oh. Guten Tag. Nett. War hierhin was? Äh, ja, da war Gold. Hab ich mitgenommen. Ach. Ach, nicht schießen, München. Wertvolle Mission. Du hast noch 19 Schuss, äh, nimm mal noch, äh, das Ding mit. Hier, Pistolen-Mony. Fünf. Äh. Ne, mir geht's, glaub ich, doch nicht weiter. Wir haben noch einen Schlüssel für irgendwas. Ach, hier geht's, glaub ich, weiter. Ja. Ja. Hier sieht so aus, als würde weitergehen. Ich hab was gehört. Äh, ich hab was gesehen. Oh, 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 oh. Junge. Bist du denn da durchgekommen? Roundhouse-Kick. Hier vorne stand noch ein Fuzzi bei mir. Mann. Ich hab hier schon dreimal ins Gesicht geschossen, ne? Vier. Oh, 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 oh. Voll dahinten schleudert. Eigentlich wollte ich ja da vorne diese Orangen, oder was? dass sie es kaputt machen. Brandgranate. Nehmen wir die doch mal mit. Ich glaube, jetzt sind die technischen Probleme auch wieder leicht behoben. Schauen wir mal. Da vorne ist noch ein Fass. Ich glaube, da müssen wir lang. Können wir da rein? Ja, da können wir rein. Aber sie will die Tür nicht öffnen. Doch, jetzt möchte sie. Sportgewehrmumission. Dann bleibst du da alleine dran. Die Tür ist einfach wieder zugegangen. Hier gibt es Schrotgewehrmumission. Eventuell gibt es hier dann wohl auch ein Schrotgewehr, ne? Ja, sollte ein Schrotgewehr geben. Ich komme mit. Ein Erste-Hilfe-Spray. War es schon hier hinten? Oh, nee. Hier liegt noch Zeug rum. Gold, viel. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie das wirklich aufnimmt oder nicht, weil die Animation bleibt dann einfach stehen und nimmst du das jetzt mal bitte mit? Ähm, du hast das Spiel wieder verlassen. Der Gastgeber hat die Sitzung beendet. Nein, ich steh noch hier rum. Och, nö, ey. Ich lade dich mal ein. Wie du kannst sehen, wir haben ein paar technische Probleme. Was? Boah, nee. Ah. Ich höre dich gerade auch echt nur so Dings-mäßig, ne? Ich habe dich gerade eben eine ganze Zeit schlechter gehört. Jetzt bist du wieder in besserer Qualität da. Jetzt will das Spiel nicht mehr, ne? So. Dann nutze ich die Zeit doch einfach mal. Ich hoste ja im Spiel. Willst du mich in Skype anrufen? Weil dann ist das so ein bisschen aufgeteilt. Ich weiß nicht, ob das da dran liegt. Keine Ahnung. Aber bei der 100.000er-Leitung sollte das jetzt eigentlich packen. Ja, eigentlich schon. Außerdem habe ich die schlechtere Leitung mittlerweile. Ich weiß ja nicht, ob es an dir liegt oder ob es an mir liegt. Keine Ahnung. Ach, lass einfach nur mal probieren, dann sehen wir das ja. Verbindungsgeschwindigkeit ist niedrig. Nun. Warte, ich lade dich sofort wieder ein. Ja. Oh mein Gott, dann sehen hier die Leute meinen PSN-Account-Namen. Dann fällt dir jetzt erst ein, wo ich dich jetzt schon das dritte Mal einlade oder so. Sollen sie ruhig. So oft bin ich nicht online. Ich weiß gar nicht, wann du das letzte Mal online warst. Einladung akzeptieren. Ja, bitte. So. So. Alle guten Dinge sind drei, wie man so schön sagt. So für's, wie es sich für die erste Session gehört. Schön mit, mit technischen Problemen. Immer schön Fehler reinhauen. Mit einem Kontrollpunkt. Kontrollpunkt. Wann ist denn hier der nächste Kontrollpunkt? Antwort von X3 Yule wird erwartet. Ja, du tust bei mir beim nächsten Kontrollpunkt einsteigen oder ich muss neu starten. Soll ich dann neu starten oder soll ich bis zum Kontrollpunkt spielen? Ich weiß nicht, wann der nächste Kontrollpunkt kommt. Ja, das weiß ich ja auch nicht. Ich starte neu. So, wo dürfen wir anfangen? Wahrscheinlich wieder an der roten Tür. Wochen sich. Obwohl, nee. Glaube ich nicht. Weil ich habe jetzt die ganzen Munitionssachen, die ich dabei hatte oder die ich geholt habe, die habe ich jetzt mit dabei. Okay. Aber weiter, hm? Na, sehen wir zu. Ich kann keine Brandgranaten mehr aufnehmen. Oder Handgranaten. Ich habe ja noch genug Slots frei, also. Ach, ich wüsste jetzt nicht, dass ich die mal häufiger benutzt hätte. Kann man die ja auch einfach wieder verkaufen. Rote Tür. Da kann man sich ja voll die... Oh, ist bitte die Tür öffnen? Bäm! Da kann man sich ja voll die Munition erschienen, ey. Und Gold. Das habe ich mir schon genommen. Wie freundlich, die man die Tür öffnet, ey. Ach, die Leiter, ja. Man kann ja vielleicht die Gleiter zu zweit hochklettern. Ja, vielleicht. Man munkelt. So, hallo, Fräulein. Ja, sie, genau sie. Hast du ja gerade in den Hintern geschossen? Leicht. So, bäaam. Da fetzt ihr den Schädel weg. Ihnen den Chor. Oh, ne, jetzt muss ich gleich nochmal gegen die. Hey, du hast mal auf, hier zu rennen. Ist voll nein. Ich habe nur noch fliegen sehen. Das ist so blöd, wenn du jetzt Luke fallen lässt, ne? Das sah ja witzig aus. Lass ihn mal drüber springen. Ja, ich mache nichts. Ich gehe dabei mal weiter und sammle Zeug ein. Oh. Was ist denn los mit dir, ey? Guck mal, schmeidig. So, hast du Loot? Ja, natürlich hat er Loot. So.